So, seid ein gebalanceder Panzer. So, jetzt muss ich aber gegen... Jetzt muss ich schon mal gegen Tier 7. Der Hydro... Der Hydro... Hat auch, glaube ich, Special Match mehr. Und der hier muss halt gegen Achter. Das wird halt jetzt gegen Achter, wenn es... Also, wenn jetzt mal ein Achter-Game kommt... Ich meine, es werden schon Situationen erscheinen. Sicher geben, wo ich auch Achter balancen kann. Aber durch die Langsame... Durch das Langsame... Werde ich oftmals Probleme bekommen gegen Achter. Gegen so eine Brask zum Beispiel. Bam, bam, bin ich fast weg. Ja. Oder gegen andere Achter. Riesen Moonpits. Bitte fahr jetzt nicht ins Wasser mit deinem LDRG, ne? Ist ja ein schöner Spotting-Run, den du da machst. Und ich denke mal, es sollte jetzt gleich mal was aufgehen. Da ist schon was. Ja, nice. Ich hoffe, dass ich selber nicht aufgehe. Du Vollidiot, Mann. Stück Scheiße, Mann. Ja, irgendeinen Schwachpunkt muss er ja haben, ne? Ja, die Kanone ist es nicht. Die Kanone ist halt schon mal sehr, sehr angenehm. Für einen Tiersechser. Kanone ist schon mal sehr, sehr gut. Die macht schon Laune. Panzerung, ich glaube, die Turmpanzerung ist halt auch, wie gesagt, Schmalturmpanzerung. Könnte was taugen. Mal gucken. Es ist kein OP-Tank, aber er ist auf jeden Fall ein OK. Ein OK-Tank. Kein OP-Tank, sondern OK. Turbo-Slot. Der Premium Panther, der M10, der hat, glaube ich, dieselbe Gun. Oder was meinst du? Schon Stahlwand? Ja, klar. Gegen Tier 5 kriegst du schon mal eine Stahlwand. Bin mir nicht sicher, ob ich denn... Ich will schon die DPM eigentlich haben. Scheiß auf Turbo. Oh, er ist getrackt. Da gucken. Jetzt ist DPM schon wichtig in solchen Situationen. Clock. Tiger P, komm rum. Komm, komm, komm. Gönn. Gönn mir den Tiger P, D-Track, ey. Ich muss mir den... Oh, da kommt der Scout. Und der Pudel. Muss ich mir den Pudel aus der Mitte holen? Er bleibt einfach eiskalt da stehen. Hat er gedacht, er kann da unspottet reinfahren? Das hat keiner gesehen. So, jetzt holen wir uns mal den Pudel da. Pudel. Pudel, wo bist du? Red and Tiger P erst. Können wir probieren. Nee, geht nicht. So, wo ist er? Le Pudel. Kette. Schade. Komm schon, Kette. Irgendwas ist kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob... Nö, die Kette ist noch drauf. Schade. Hat aber geschmeckt. So, jetzt geht's weiter hier. Tiger P, mein Freund. Nee, die schaffen das nicht. Die sind zu blöd dazu. Wie viele sind da jetzt an dem dran? Da sind sie zu dritt, ne? Da klopfen sie zu dritt auf den einen und bouncen wieder frontal. Oh, jetzt ist er aber getrackt. Jetzt gönne ich ihn mir erst mal. Er mischt. Ja, er hat jetzt ja only 9. Aber ich glaube, der... Nee, der hatte gar nicht so eine hohe DPM. Der Panther M10 hat eine geile DPM. Muss ich sagen. Aber der hier kommt mit... Der hat nur 2,5 DPM. Aber was ihn halt effektiv macht, ist... Er kann seine DPM anbringen. Mit fast 200 Penn. Also du hast eine gute Kanone, sag ich mal. Irgendwie habe ich keinen Bock, mich jetzt da in den Proxy zu begeben. Und dann... Oh, nee, da ist schon ein M6 bei uns in der Base. Die sind auch zu blöd, ne? Die waren zu dritt jetzt. Jetzt ist... Ja. Verstanden. Basis verteidigen. Helfe ich dem? Warum soll ich mich jetzt in den Tiger P rein wasten? Hinterher fehlen mir die HP. Der Gegner E25 ist nicht gespottet. Dann kommt der und rollt auf mich drauf. Dann war es das. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Wenn die das zu dritt nicht hingekriegt haben, den Tiger P einfach zu dritt raufzufahren, ja? Und da waren sie wieder zu blöd, den Schuss zu tanken. Bin ready auf jeden Fall, wenn der M6 jetzt ja aufgeht. Die E25 war ja noch nicht offen. Jetzt sterben die da wieder. Verkacken es halt in der City, ne? Das Game, ja, super. Der nächste Trottel, der stirbt. Da, okay, den da kriegen wir wenigstens jetzt mal. Wie schnell der da safe ist. Komm mal an Artis. Ja, das Problem ist hinterher der E25, wenn der Full-HP auf mich draufrollt. 7 HP. Ja, hätten die Artis nicht gepennt, wäre der jetzt raus. Halt nur. Hätten die Artis nicht gepennt. Warum schießt denn die Arti dahinter? Ist doch nicht ganz... Ist doch mehr da... Na, egal. Jo, jetzt sind wir gleich alleine. Da kommt das Jackson-Vieh. Tschüss, Jackson-Vieh. Oh, jetzt kommt er. Die E25 schmeißt das Game. Er hat halt DPM, ne? Ich hab's ja nicht. Komm, ram mich. Oh, die hat ihn. Die hat ihn. Ist der dumm. Oh, die Hummelmann. 200 fucking 30. Die andere hat. Jetzt ist es Carry-Time. Let's go for Kolobanovs. Leute, drückt die Daumen. Cruise-Ader. Wie viel HP? One-Shot, One-Shot. Wir können's gewinnen, Leute. Was machen wir jetzt? Fahre ich ins Valley und gehe safe? Oder bleibe hier? Wird mal hier. Ich hab ne Möglichkeit, ne Kohle-Bahnhof zu holen. Ich hoffe, dass ich hier nicht geblendet werde. Es ist halt die Möglichkeit, ins Valley zu fahren. Statt safe zu stellen. Oder er ist in der Mitte. Scheiße, ich brauch zwei Shots für ihn. Jetzt muss ich hier bleiben. Ja, jetzt muss ich da bleiben. Darf nix umfahren. Ich hoffe mal, dass der Crusader nicht das checkt. Da ist der Crusader. Ja, er hat's gecheckt und greift halt gleichzeitig an. Wenn ich jetzt aufgehe, der hat zwei Gunmax. Egal. Jetzt krieg ich den Artie-Hit. Oh, scheiße, Mann. Kommt Artie-Direct-Hit. Wie kann der denn so viel Damage machen mit seiner Scheiß-Artie-Mann? Ey, ich kann... Ich hab keine APs für die Scheiße hier. Nicht aufgegangen. Nicht aufgegangen. Okay. Come on, penn den Scheiß. Von wo hat sie geschossen, der Hummel? Von hier? Von hier? Die hat doch von da irgendwo geschossen. Jetzt bin ich halt One-Shot gegen die Scheiß-Artie. Bin ich halt super One-Shot. Ich muss den langen Weg fahren. Ich muss die Stadt fahren. Oh nein. Da ist die Hummel. Mach den Fehler und fahr zurück. Genau, da bist du nämlich nicht mehr safe. Hier bist du nicht mehr safe. Ja, ich darf nichts kaputt fahren wegen der Hummel. Die Scheiß-Arties, die sehen alles. Destruction-Mod. Ja. Okay. Da kann man natürlich hinschießen. Die hat keinen Destruction-Mod. Aber ich hab's auf jeden Fall geblindet. Ach, komm schon. Ich bin der Kolobanos. Let's go, chat. Oder waren doch fünf. Waren doch fünf. So, wo ist jetzt die M44? Das ist jetzt bestimmt noch in der Base. Waren fünf. Okay. Schwitzige Finger hab ich trotzdem. Kriegt nicht jeden Tag einen Kolobanos. Äh, ich muss... Aber jetzt, weil ich noch vier Minuten Zeit hab, zumindest einen etwas längeren Bogen fahren, wenn die hier außen sitzt. Ich hoffe, dass sie in der Base ist und ich kann sie spotten. Ich will sie spotten. Und zwar, ich kann mir nicht einen Schuss erlauben. Die killt mich. Die M44, wenn die mich spottet, bin ich tot. Dauert zu lange, sie zu killen. Dauert sechs Sekunden, bis die tot ist. Oder noch länger. Ich weiß nicht, wie viel HP. 320, ja. Dauert sechs Sekunden. Denk hier ist sie nicht. Ich denk schon, dass sie noch in der Base rumschimmelt. Believe, ich glaub dran. Chat, ihr auch? Come on, let's go. Das ist halt scheiße, wenn die hier irgendwo sitzt. Die sieht mich zuerst. Was hab ich für einen Alpha-Schaden? 135, also zwei Schuss ist sie tot. Und zwei Schuss sollte sie tot sein, wenn ich nicht low roll. Frage ist halt, wo ist sie? Wahrscheinlich in der Base. Immer noch. Keine Ahnung, wo die sich... Oder übers Valley hat sie sich bewegt. Und hier wird es halt schwierig, weil hier... Oh, hier ist sie. Gut, die ist AFK, oder? Track, wenn's geht, ja. Das hätte ich machen können. Aber Gott sei Dank, sie ist halt AFK. Puh, neun Kills. Puh, neun Kills. Aber die hat einen Kill gehabt, ne? Die hat gespielt, oder? Die war nicht AFK, die hat bloß nicht gecheckt, wo ich bin. Die hat ja einen Kill. Sie hat gespielt. Also entweder war sie dann am Ende AFK, oder leer geschossen. Ne, die hat schon noch... Jet! Boah, da ist was Fettes. Ja, wohl. Schönes Ding. Ich hab grad keine Ace, oder war das die höchste Erfahrung? Paid Actor, ja, ja. Deswegen hatte die auch einen Kill. Deswegen hatte die M44. Wo ist sie denn? Acht, 600 Damage, elf Schüsse gemacht. Ne, ne, die hat schon noch gespielt. Die hat bloß nicht gecheckt, dass ich sie da gespottet hab. Boah. Aber auch nur, weil wir riesen Mumpets aus dem Clan Algo hatten. Schockstarre hat sich totgestellt. Schlaganfall. Ja, der hat sich getarnt. Ihr kennt das doch bei Tieren, die sich totstellen. Jo, 3,8 Damage. Das ist mal eine schmackhafte Runde. 3,8 Damage, neun Kills, 1889 Base XP und 800 Spot und ein Haufen Medaillen. Ne, Redley Walters, ne, Pascucci, ne, Levisaglio, ne, Kolobanos. Weiß waren, glaub ich, fünf. Ne, Krieger und ein Großkaliber. Das war doch mal eine schöne Runde, ey. Und ein Ace. Ich hatte anscheinend keins. Ja, das kommt auf YouTube.